Musik Ich fange einfach schon mal an. Europa wird sicherlich gleich dazukommen, er ist ja da. Wenn ich mich nochmal diejenigen vorstelle, die hier jetzt gleich in den nächsten gut 60, 70 Minuten dann so ein Spielaufgabe zu sprechen, diskutieren wollen. Zwei haben sich schon erwebt. Ich fange mal ganz rechts an. Ihr muss nicht alle Kaffee, weil ich glaube mir, das ist so langweilig, dass ich das einschlafen habe. Gut, also, mein Eichelbaum brauche ich nicht mehr vorstellen eigentlich, denn er hat sich ja eben selber in kurzen Worten vorgestellt. Ich darf Ihnen aber noch sagen, dass er der Eichelbaum Chemie studiert hat. An der Humboldt-Universität in Berlin, wo er auch im Fachbereich Fisikalische und Drenische Chemie nach einem Post-Talk-Aufenthalt an der Columbia University ist er dann gewechselt ans Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, wo er als Projektgruppen- und Forschungsgruppenleiter gearbeitet hat und ist dann 2014 das Referat Neue Instrumente und Programme der Innovationsförderung gewechselt, wo er diejenigen Themen verantwortet, die er Ihnen eben vorgestellt hat. Übrigens auch die Validierungsförderung, der sogenannte Bildbuch hat, was ich auch im Thema Soziale Innovation gehört habe. Viele wissen das gar nicht, aber das ist auch nochmal eine Möglichkeit, dass wir vielleicht da hinschauen, ob da möglicherweise auch nochmal was für Sie interessant ist. Ja, Frau Gaby Dien, Prof. Gaby Dien ist innerhalb eines Lehrstuhls für die Landkrieg der deutschen Sprache und Literatur und Präsidentin der Universität Meichstätt-Ingolstein. Sie initiierte und begleitete zahlreiche Service-Learning-Projekte, beispielsweise das Projekt Karuganda, das haben wir auch mit einigen Bildern, glaube ich, bekommen und die verschiedenen Projekte auch für Frühlinge, die eben vorgestellt wurden und wir haben ja sehr eindrucksvoll eben präsentiert bekommen, wie Sie Ihre Präsidentschaft oder dieses Thema der Engage- und Hochschule oder wie auch immer Sie das fassen wollen, gesetzt haben. Prof. Dr. Wolfgang Stark war Professor für Organisationspsychologie und Organisationsentwicklung im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie und Sport an der Universität Duisburg-Essen, seit 2000 Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Labors für Organisationsentwicklung und lernt an der Universität Duisburg-Essen, seit 2005 Leiter des Zentrum für gesellschaftliches Lernen und soziale Verantwortung der Universität Duisburg-Essen. Jetzt in der Alterszeitzeit, wie er mir berichtet hat, und nebenbei noch, und nebenbei nicht noch, muss er ja auch noch noch sprechen. Ich spreche, er ist so schon in Zwergsbilder und durch Verantwortung. Ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet, Herr Stein. Herr Prof. Dr. Manfred Hofer, der bei Wikipedia als Vater des Service-Learnings in Deutschland bezeichnet wird. Im Jahr 2003 hat er die ersten Service-Learnings-Seminare an der Universität Mannheim durchgeführt, wo er Professor für Erziehungswissenschaften und Pädagogische Psychologie war. Im Jahr 2007 wurde er als Preisträger des Jimmy and Rosalind Carter Partnership Award für Campus-Community-Kollaboration geerbt und er ist auch ein bedeutender Forscher mit zahlreichen DFG-Projekten in unserer Forschungsbereiche. Seit 2007 erinnert uns die Idee. Und Herr Thomas Röpke, auch hier hat er sich schon kurz vorgestellt, seit vielen Jahren Geschäftsführer der Vorstand des Landesnetzwerks Bürgerschaften und seit 2016 Vorsitzender des Sprecherländerrates des Bundesnetzwerks Bürgerliches Engagement und in zahlreichen ehrenamtlichen Bereichen tätig. So, das waren nochmal die Kurzvorstellung derjenigen, die hier versammelt sind und wir wollen jetzt nochmal über das Thema zivilgesellschaftliche Öffnung von Hochschulen, Forschung, Lehre und Praxis sprechen. Nicht, dass darüber nicht schon besprochen wurde unter Ihnen und auf dieser Tagung, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nochmal dieser Begrifflichkeit angehen und das ist deshalb wichtig, weil es natürlich immer auch einer Sprache bedarf, um ein neues Feld von Wissenschaftlichkeit zu definieren und wissenschaftlichen Aktionsradius, würde ich mal sagen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir haben auch über die Frage, wie man eigentlich den Impact in Forschung misst, in den 50er-Jahren überhaupt keine Vorstellung gehabt. Inzwischen ist das ausziseliert mit allen möglichen Faktoren und Indizes, wo man sich fragt, ob wir überhaupt noch den Impact tatsächlich so abbilden, wie wir uns das vorstellen. Aber auch das ist Teil eines Diskurses, eines Sprechens, eines Sprechenlernens über das, was wir als wichtig und bedeutsam und wirkungsvoll in der Forschung definieren wollen. So müssen wir uns, glaube ich, auf dieser Frage im Transferbereich ernähren, genauso wie wir das im Bereich der Lehre waren müssen. Und auch da entwickelt sich immer mehr, ein immer höherer und höherwertiger Diskurs über dieses Thema. Deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns verschiedene Bedürflichkeiten nochmal annehmen. Ich fand zum Beispiel dieses Modell von Stokes sehr, sehr interessant, weil natürlich immer wieder diese Gegenüberstellung von Anwendungsorientierung und Gesellschaftsbezug versus Grundlagenorientierung und Grundlagenformen aufgestellt wurde, ohne zu unterscheiden, dass es auch dort natürlich durchaus ganz unterschiedliche Bedürflichkeiten gibt. So, und das vorausgeschickt fange ich jetzt nochmal, und zwar diejenigen, die noch nicht gesprochen haben, wenn Sie erlauben, also Herr Schlag und Herr Huber, was verstehen Sie denn unter dem Titel Zivilgesellschaftliche Öffnung von Hochschulen in Forschung, Lehre und Praxis? Ja, zunächst mal ist es vielleicht gar nicht so wichtig, eine gemeinsame Sprache im Sinne von Definition zu entwickeln, sondern eine gemeinsame Begrifflichkeit so langsam zu entwickeln. Eine gemeinsame Begrifflichkeit heißt, es geht nicht darum, ob das jetzt engagierte Hochschule oder Burn Mission oder zivilgesellschaftliches Engagement heißt, sondern das kann es ja in unterschiedlichen Formen auch unterschiedlich heißen. Das Wesentliche an der Frage ist, glaube ich, dass beide Seiten, und das sind wahrscheinlich sogar mehr als zwei Seiten, lernen müssen, sich zu öffnen und zu verändern, um auf gleicher Augenhöhe, Herr Röckler hat es schon angesprochen, auf gleicher Augenhöhe zu agieren. Und das ist durchaus nicht banal. Das ist tatsächlich eine Kulturveränderung, die dann auch mit dieser Öffnung, so meine ich, tatsächlich eine Entwicklung einer gemeinsamen Sprache gebiert. Was aber damit einhergeht, und da bin ich auch dankbar für die Erinnerung an den Stokes, der ja nicht ganz neu ist, nicht ganz frisch, aber wirklich eine wichtige Sache diskutiert hat oder einen Diskurs gestartet hat, den wir uns nochmal herholen sollten, nämlich, was ist unser Begriff von Wissen und was ist unser Begriff von Wissenschaft? Und ich glaube, ein wesentlicher Teil ist, dass wir von unserem Begriff des kanonisierten Wissens uns weiterentwickeln müssen in Richtung eines Wissens, das von beiden Seiten auch kommt. Wir sprechen viel von Erfahrungswissen, wir sprechen viel von implizitem Wissen und da kommen ein paar Grundlagen her, die in Deutschland nicht so bekannt sind wie die Philosophie von John Dewey, die glaube ich da nicht als einzige, aber nochmal wichtige Hinweise gibt, die den Bereich deutlicher definieren können. Aber ich würde sagen, das ist ein Work in Progress und ich bin immer etwas erschrocken, wenn etwas zu früh in diesem Bereich, den ich eher als explorativ bezeichnen würde, schon Definitionen und vielleicht sogar schon, wie letztes Geschehen, Kennzahlen entwickelt werden für eine Bilanz der World Mission und so weiter. Also mein Plädoyer wäre dafür, es entwickeln zu lassen, sehr genau zu begleiten und dann vielleicht am Ende eine klarere Sprache zu entwickeln, aber die jetzt noch nicht zu definieren. Aber lassen Sie mich nochmal nachfragen, Herr. Die Frage ist, warum sollte Wissenschaft das tun? Und zwar nicht, weil es die Bischofskonferenz der Universität Eichstätt hineingeschrieben hat und nicht, weil es die Landesregierung als vierte Aufgabe der Hochschule definiert hat oder als dritte Aufgabe, sondern wie würden Sie das aus Seiten, auf ein paar, ja aus einem neugiergetriebenen Wissenschaftsrat, wie er definiert, was gewinnen Sie in einer neuen Art und Weise der Generierung oder Integration von, ja auch sogar Wissensbespanntheiten der Wirtschaft, in das, was Sie tun? Naja, eine ganze Menge. Wenn ich als Organisationswissenschaftler antworten sollte, dann würde ich sagen, ich gewinne eine Menge an Wissen aus den Bereichen der Entrepreneurship, der Start-up-Entwicklung, weil ich sehe, dass die ganz anders mit Führung und mit Organisation und dem Prozess des Organisierens umgehen. Das kommt alles aus der Praxis. Das ist es noch gar nicht mischt im Sinne von Zivilgesellschaft. Aber wenn ich mir angucke, gestern hat Elif Özdemir über die Arabische Revolution gesprochen und die Entwicklungen, die da passiert sind, dann sind es auch Entwicklungen, die Wissenschaft niemals woher gesehen hat. Ganz selten. die zwar getrieben wurden und die begleitet wurden, aber die nicht wirklich aus wissenschaftlichen Modellen sich ableiten lassen. Und deswegen glaube ich, die Neugier ist auf jeden Fall, und der Mehrwert besteht auf jeden Fall darin, über diese Interaktion auf Augenhöhe neue Forschungsfelder zu entdecken, neue Fragestellungen zu entdecken und auch auf der anderen Seite die Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, für zivilgesellschaftliche Einrichtungen ganz hands-on und direkt und quasi von erster Hand neue Diskurse aus der Hochschule und aus der Wissenschaft nicht nur mitzugestalten, sondern auch mitzuentwickeln. Vielen Dank. Herr Hofer, wie würden Sie die Frage beantworten? Bedarf es einer zivilgesellschaftlichen Öffnung der Hochschulen? Waren Sie bisher verschlossen? Und warum ist das gut für die ein oder andere Seite? Ja, jetzt an meiner Google, jetzt haben Sie zunächst mal nach der Begrifflichkeit gefragt und jetzt aber nach der Begründung. Zunächst mal zur Semantik. Öffnung der Hochschulen in Forschung und Lehre zur Zivilgesellschaft, ich finde es einen guten, allgemeinen, nicht sehr präzisen, aber notwendigerweise auch nicht sehr präzisen Begriff, dass die Hochschule in Forschung und Lehre sich der Gesellschaft stärker zu wenden soll in einer kommunikativen Partnerschaft. So, was ich hasse, sind andere Begriffe, die hier permanent im Raum stehen. Engagement und Mission und Innovativ, das sind alles Selbstzuschreibungen meistens, die der Selbsterhöhung dienen, der Schmeichelung der eigenen Seele, die aber begrifflich wertlos sind. Ich würde die am liebsten streichen aus meinem Vokabular und den Begriffen Mischen schon gar nicht. Mischen, das ist Mission, das ist missionarisch. Das setzt alle die herab, die nicht sich dem Zug anschließen wollen. Die sind dann nicht engagiert, die sind nicht innovativ und so weiter. Und das Wichtigste aber, es verhindert eine normative Diskussion. Wenn etwas eine Mission ist, dann darf man nicht das hinterfragen, das geht nicht so. Und jetzt fragen Sie mich, ob das gut ist, die Öffentlichkeit der Wissenschaft. Das ist eine normative Frage, da müsste ich das hinterfragen. Da müsste ich dann fragen, ja warum soll die Universität sich der Gesellschaft noch stärker öffnen, als sie sich ohnehin schon geöffnet hat, damit es auch implizit einen Vorwurf enthalten. Und dann höre ich, so lese ich über Valian, das sind die großen gesellschaftlichen Veränderungen, die wir lösen müssen. Dann frage ich, ja was sind denn das für große gesellschaftliche Herausforderungen, und die Herausforderungen drängen und fragen, ja dann heißt es, ja das sind Klimawandel und demografischer Wandel und Ernährung, Gesundheit, Energie, saure Energien und so die ganze Latte. So, das sind natürlich Probleme, aber dann fragen Sie, ja warum hat es denn früher solche Herausforderungen nicht gegeben. Ja, und dann heißt es, ja im Wissenschaftsrat Papier, die sind aber von besonderer Komplexität, von besonderer Globalität, von besonderer Intransparenz und Vernetzung. Ja, und dann frage ich, ja muss deshalb die Universität sich öffnen, in der Gesellschaft, ja. Heißt dann, ja und kann da diese Probleme besser gelöst werden, wenn sich die Universität öffnet. Ja, und damit hat sich das dann und ich glaube, nein, nur mal noch zu provozieren. Das finde ich sehr gut. Nein, weil Komplexität, Intransparenz und so weiter, wie soll das die Gesellschaft, der Diskurs zwischen dem Wissenschaftler, dem Quantenphysiker und dem Erziehungswissenschaftler und dem Soziologen mit dem Altenheim, Pflegepersonal oder sowas. Warum sollte es da besser gelöst werden, diese globalen Herausforderungen? Und da sage ich dann, ja, wir haben mit unserem Wissenschaftssystem die Forschungsuniversitäten, wir haben die Hochschulen, die immer schon diesen Transfer geleistet haben, die sollen das ja auch Unterstützung kriegen weiter. Wir haben dann die Fraunhofer-Institute, die Fraunhofer-Gesellschaft, 80er und sozial, alle wirtschaft- und industrienah, nützliche Forschung. Wir haben dann noch die Helmholtz-Institute und die Leibigs-Institute. Die meisten davon sind industrienahe und verschlingen Milliarden von Holbrock und machen genau das. Nützliche, angewandte Forschung. Warum soll jetzt die Universität, der letzte Hort sozusagen der freien Wissenschaft, auch noch verführt werden mit so einer Riesensumme, 500 Millionen, 500 Jahre im Mai. Das möchte ich bezweifeln. So, mache ich das erst mal. Jetzt hat sie das Recht hinbekommen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Beitrag, weil wir jetzt, glaube ich, ein bisschen begriffliche Spielmasse haben. Also, erstens bin ich Ihnen sehr dankbar für die Hinweise, dass das alles Selbstzuschreibung und normative Setzung sind. Gleichzeitig denke ich, dass sie auch was normativ gesetzt haben. Nämlich freie Wissenschaft gegen unfreie Wissenschaft. Wissenschaft, die sich mit der Gesellschaft verwandelt, wird unfrei. Entschuldigung, aber so haben wir es doch wohl. Aber das können wir ja jetzt diskutieren. Aber sie haben hier entscheidende Fragen gestellt. Die entscheidende Frage, und das möchte ich noch in die Runde geben, kann durch eine solche Partnerschaft, durch eine solche Kooperation, wenn sie gelebt wird, die Gesellschaft verbessert werden? Oder die Lehre verbessert werden? Oder die Forschung verbessert werden? Das sind die drei Krächenfragen. Wenn wir das nicht beantworten können, können wir das Ganze vergessen. So, jetzt, um ihn. Ich würde jetzt, nachdem ich ja mit Missionaren schon angesprochen worden bin, Sie sind ja katholisch. Das ist vollkommen okay. Ich will jetzt nicht darauf referieren, dass Gesellschaft oder Uni verbessert werden kann. Aber ich sehe eine ganz neue Chance. Und ich sehe auch, Sie haben jetzt von der zweckfreien Grundlagenforschung gesprochen. Als die Universität, die jetzt vor allem auch geisteswissenschaftlich ausgerichtet ist, sehe ich eine enorme Verantwortung, sich auch solche Fragen zu stellen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Bei uns ist es, wir haben nebenan eine THI, eine Technologiehochschule in Ingolstadt, die beschäftigt sich mit automobilen Fahrsystemen, selbstgesteuertes Fahren und so weiter. Es war bislang eine Universität, die natürlich in der angewandten Forschung ist, die sich genau mit den systemischen Fragen beschäftigt hat. So, warum brauchen wir jetzt uns als geisteswissenschaftliche Universität, weil jetzt zum Beispiel ethische Dilemmafragen auftreten. Was macht ein Fahrsystem, wenn links die Oma steht und rechts eine Mutter beführt Kinder? Was bedeutet es? Was bedeuten emotionale Stimmungen im Kontext und so weiter? Und jetzt sind wir so weit, dass unsere Psychologen, die sich auch immer der zweckfreien Grundlagenforschung verschrieben haben, jetzt mit der THI zusammen hochspannende Projekte entwickelt in dem Bereich. Und deswegen sehe ich eigentlich das, was vorher bei Ihrer Folie auch nochmal war, die Rückwirkung auf die Universität. Wir werden nicht die Probleme lösen können, aber wir können mit einem Teil des Wissens dazu beitragen. Und umgekehrt generieren wir doch ganz andere Wissens- und Forschungsfragen. Keiner sagt uns ja, wir müssen in diesem Feld jetzt als Auftragsforschung probieren, aber wir haben ein ganz anderes Portfolio an Forschungsfragen, als wir sie hätten, wenn wir nur, ich benutze das nochmal Ihre Metapher, im Elfenbeinturm forschen. Und dass es nicht ein Entweder-Oder gibt und beides sein Wert hat, das sehe ich auch so. Deswegen bin ich eine ganz andere Meinung als Sie. Herr Eichelmann, vielleicht können Sie nochmal auch, so geht man ja vorgesagt, eine Stellung, und zwar schon auch mit dem Nachwirkungsjahr bei Begrifflichkeiten. Es ist doch nicht die Gefahr, dass bei 150 Anträgen man am Ende 20 gefördert in dem Programm Innovative Hochschulen, diejenigen, die da nicht gefördert werden, in der Öffentlichkeit als nicht innovativ hingestellt sind. Also ich meine, Begriffe schaffen ja auch irgendwie so Realität, nochmal bei der Exzellenzuniversität auch erlebt. Also ist das nicht eine gewisse Gefahr, im Sinne dessen, was Herr Hofer geschleudert hat, dass man sonst ja irgendwie damit auch so eine Normantivität prägt, die dann möglicherweise in der Öffentlichkeit und auch in der Scientific Community auf Kopfschütteln stußt. Also es ist natürlich eine starke Ruhe. Also ich kann jetzt noch sagen, Sie haben die Max-Planck-Organisation vergessen. Und ich glaube, die würden sich jetzt nicht als andere qualitierte Forscher sehen. Also wenn Sie keine größte Europäische Aussagen-Universität hatten, Einrichtungen, die halt ganz massiv in der Grundlagenforschung krisselt. Also diesen Konflikt kann man ja nicht auch lösen. Also wenn wir Drittmittel Projekte vergeben, erfolgt das oder muss das aufgrund der Begrenzen bitte gemeint werden. Und das Ziel ist natürlich, dass man einen Punkt setzt. Und natürlich dann Drittmittel auch als Input, als Indikat vorwirken und gleichzeitig damit auch steuernde Wirkung haben, kommt man um diesen Konflikt letzten Endes nicht umar um. Aber wichtig ist doch, dass es offensichtlich, und das wird jedenfalls immer an uns angetragen, dass es dort einfach einen Bedarf gibt, solche Initiativen zu unterstützen. Und dieser Bedarf bedient nun mal bestimmte finanzielle Mittel. Und die müssen wir verteilen. Und in der Innovationsförderung gehen wir Schulter machen und im Ansatz aus, dass wir den Wissenschaftlern, den Hochschulen die Möglichkeit geben, ihre Ideen uns zu unterbreiten und wir planen bzw. die Haushaltklinien die besten Konzepte auswählen. Also das ist vielleicht der zweitbeste Ansatz. Aber okay, du wirst, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht gerecht. Insofern ist das, finde ich, eine theoretische Diskussion. Und es ist dann schwer zu sagen, die machen wir es dann alternativ. Aber wir sind dann immer offen und vorstellbar. Wir haben ja gehört, das ist ein lernendes Programm. Und ich finde es traurig, dass Sie sagen, aus den Projekten der Innovativen Hochschule entwickeln wir auch noch einen innovativen Grupp. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Aussage. Wo verweicht Ihnen das so als Antwort? Zum Gemenge? Oder ich komme gar nicht so an den Rückabend. Würde ich noch mal die Gelegenheit geben? Sind Sie zufrieden mit dem, was da gesagt wurde? In der Definition von Mehrwerten? Ich sehe das schon auch so wie Sie. Das ist ein Zielkonflikt, den man nicht auflösen kann. Und die Gesellschaft schreit danach, dass die Uni es sich öffnet. Wir alle, in der Wissenschaftswahl, die auch ganz massiv, im Next-Koron, im EU und so weiter, die Amerikaner machen lassen, die Engländer, und denken, wie Sie machen, jetzt geht es. Und die Uni sind ja nicht gezwungen. Und wir arbeiten ja ohnehin schon so nach Pasteurforschung, wie ich zum Beispiel, in mein ganzes Leben rein, nutzen inspirierte Forschung. Und jetzt geht es aber darum, das möglichst gut zu machen. Darf ich das? Ja. Und wenn man so etwas macht, dann möchte ich es gut zu machen. Und da meine ich, erstens, warum geben Sie so viel Geld auch für die Wirtschaft aus, die ohnehin zu viel Geld hat, um zu forschen. Schreiten Sie Wirtschaft und sagen Sie nur, Kultur und Gesellschaft, also Non-Profit, die sollen das Geld kriegen. oder die Zusammenarbeit mit denen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Warum so viel Geld in einem Acker, der noch nicht bestellt ist? Bei uns gibt es kaum Strukturen, die bereits so weit sind, dass man sie anknüpfen könnte und einen erfolgreichen Antrag stellen könnte. zwei Millionen. Also es gibt, von der DFG habe ich ja viele schon Drittmittelprojekte bekommen, aber die waren ein Zehntel zu hoch. Und zwei Millionen, das ist das Maximum, das kann auch geringer sein. Ist klar. Aber die Anträge haben ein gewisses Volumen. und wenn ich mich auf die Seite der Gutachter stelle, der ich abruft war, dann weiß ich, je höher der beantragte Summe, so ein Sprecher bin ich. Am Ende stehen Sie da und haben 300 Bewerbungen und können kein einziges bewilligen, weil es nicht gut genug ist, als gut genug bewertet worden ist, sondern von den 12 Grundachtungen. Da hätte ich mir gedacht, eine kleinere Förderung erstmal, um das Terrain zu bearbeiten, zu beackern und dann hinterher so eine große Förderung vorzunehmen. Wollen Sie nochmal darauf antworten? Na, Frau Lieber. Vielleicht eine polibische Antwort. die Vertreter, die organisiert sind der Fachhochschulen, die sagen, das ist zu wenig Geld, die sagen, das ist zu viel Geld und so haben wir vielleicht auch ganz gut. Aber es ist schon mal auf jeden Fall ganz wichtig, dass diese Zweimal-Lukro-Euro-Pro-Hochschule, das ist eine maximale Summe. Wir haben auch immer überlegen, wie kann man das irgendwie abstufen nach irgendwelchen Kriterien und so weiter, dass man sagt, dann noch das Thema so und so viel, damit sich keiner überfordert. Aber letzten Endes, man kann nur sagen, es ist ein wirkliches Wandel und in dieser Skala kann man die Anträge stellen und es ist natürlich klar, dass auch von den Wissenschaftssystemen sehr, sehr unterschiedlich ist. Auch in den technischen Wissenschaften, wo man halt da Wortbestattung braucht, das war jetzt nicht zentraler Vögelingstatt, aber dann braucht man einfach mehr Geld als in manchen anderen Disziplinen, wo man halt eher den Kopf braucht. Und insofern, also diese zwei Millionen sind wirklich so ein Wandel als Oberkanzler und irgendwann zu verstehen sein und es ist natürlich auch so, es ist natürlich schon bewusst, dass wir wieder Hochschulen und ich nenne es mal etwas rosalisch auf den Weg abholen. Also wir setzen und ich glaube, da sind wir vielleicht die Hochschulen schlechter als sie sind, dass dort auch viele Strukturen und Erfahrungen im Bereich Transfer, Erster, Ursprung und so weiter vorhanden sind und die adressieren wir und man möchte natürlich schon mit der Förderung einen Mehrwert erreichen. Also dieses Potenzial, was die Hochschulen haben, das wollen wir ja auch adressieren. Insofern ist es jetzt nicht so diese typische Exzellenzmaßnahme, wo man die Allerbesten, die schon quasi schon sehr, sehr gut sind, wenn die den Mehrwert darstellen können, ist das auch okay. Aber es soll schon auch die Klasse an Universitäten und Fachhochschulen adressieren, die halt auch zeigen können, dass sie halt mit der Förderung tatsächlich etwas geworben kann. Und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. Frau Wien? Also erstmal bin ich froh, dass Sie schon ausgeschrieben haben, sonst würde es vielleicht nochmal anders ausschauen von der Förderung. Nicht um bei Ihrer Metaphore des Ackers zu bleiben. Ich glaube, genau deshalb braucht es andere Mittel, weil der DFG werden Bund- oder Einzelprojekte, aber gar nicht in ganz spezifischen Bereichen gebördert. Hier geht es ja um die Etablierung von Strukturen und ein bisschen zu den Ergebnissen kostet der Dünger wesentlich mehr als die Samen und Pflanzen, weil so sehe ich jetzt auch die Initiative, dass man sagt, hier können auch Strukturen für Innovationen geschaffen werden und Sie haben ja vorher selber gesagt, genau dieser Bereich ist ein zentraler Fokus der Förderung. Deswegen bin ich persönlich sehr dankbar, dass es auch Summen gibt, mit denen man tatsächlich auch Strukturen und nicht nur einzelne Projekte aufbauen kann. So, jetzt aber zu Herrn Röck. Sie müssen sich ja vor Anfang gar nicht mehr retten können jetzt. Also alle Schuhe schon sind jetzt auf dem Weg, Anträge zu schreiben. Da brauchen Sie zivilgesellschaftliche Partner, vielleicht auch Partner aus der Gesellschaft. Ich habe eher den Eindruck, man setzt sich jetzt hin und guckt mal, was man der Gesellschaft Gutes tun kann. Also ist das so? Erregen Sie das? Erregen Sie aktuell oder in den letzten Jahren eine Öffnung der Hochschulen für zivilgesellschaftliche partnerschaften? Also ich muss sagen, ich hätte gerne an einer Hochschule studiert, wo Frau Ging-Präsidentin gewesen wäre. Ich war selber mal Assistent an einer Hochschule und habe dann nach meiner Doktorarbeit gesagt, du kriegst da den Grauschleier, du musst da raus. Das hat sich vielleicht verändert, das ist schon mal gut. Mein Sohn, der war jetzt vor derselben Situation gestanden, der hat gesagt, er will was verändern in der Gesellschaft. Dann ist er auf eine Webseite einer Universität gegangen und hat gesagt, Mensch, es gibt riesige Probleme in der Gesellschaft, demografischer Wandel, Pflichtungsprobleme, Global Warming, wir wollen was verändern und wir wollen dazu auch ein Studium entwickeln, das dazu führt, diese Hochschule liegt in den Niederlanden. Ich habe dann bei der Situation, wo er sich jetzt entschieden hat, zu den Niederlanden, also jetzt studiert er in Tilburg, zu gehen, habe ich bei einer alten Universität nachgeguckt und habe mir geguckt, was die Webseite heißt und gesagt, ja, wir haben eine Verwaltung, wir haben ein Resilium, wir haben eine Kanzlerin, so kommt man sozusagen in diese Webseite rein. Also deswegen haben wir vielleicht auch nicht so viele Anfragen von deutschen Universitäten bekommen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Fabian uns eine Anfrage gibt. Was für uns aber wichtig ist bei der Geschichte, nochmal das Thema Augenhöhe. Wenn wir über Innovation sprechen, dann tun wir ja immer so, als kämen die sozusagen aus der Wissenschaft. Ich möchte Ihnen nochmal so ein paar Innovationen erzählen, zum Beispiel die Innovation der Demokratie. 1808, russische Städteordnung, bürgerschaftliches Engagement. Innovation, Sozialstaat, 1850, Elberfelder Modell, bürgerschaftliches Engagement. Bis heute, Umweltbewegung, Frauenbewegung, überall Impulse der Innovation, der großen gesellschaftlichen Innovation aus dem bürgerschaftlichen Engagement. Zum Teil gegen die Wissenschaft, muss man ja so sehen, die Hospizbewegung zum Beispiel, hat ja lang gegen eine Medizin gekämpft, die gemeint hat, na, wenn jemand raustherapiert ist, dann braucht er ja weiter irgendwie medizinisch versorgt werden. Bis die das irgendwann mal in ihren weißen Ketteln auch verstanden haben, ach ja, und jetzt kommt die Palliativmedizin und jetzt sind sie ganz hoch, weil das System ja Geld reinkommt. Vergessen dann aber auch vielleicht ursprünglich dessen, was an Hospizbewegung da war. Da sagt mir jemand, der wirklich im deutschen Hospizverband begrößert und gespielt, seitdem die Ärzte sehen, dass es Geld gibt, wissen sie, dass ein Hospiz nicht mit TZ geschrieben wird. Also, das ist sozusagen das Thema auch in Höhe an der Stelle nochmal, also dieses Sehen dessen, was eigentlich in dieser Gesellschaft an Innovation ohne große wissenschaftliche Thematik passiert ist. Und letztes, John Dewey hat für mich wirklich, das habe ich dann aus meinem Studium auch mitgenommen, für mich etwas entwickelt, was diesen Widerspruch, den sie in ihrem Vorprach gemacht haben, Exzellenz oder Angebittet Sein in der Gesellschaft so überhaupt nichts im Gegenteil, er sagt, der Exzellenz kann nur durch eine BD Sein Gesellschaft entstehen. Und wenn man die amerikanischen Universitäten wie Harvard oder diese ganz Exzellenz Universitäten anschaut, wir haben das mal in Washington angeguckt, da machen natürlich die Juristen Rechtsberatung in den Slums, das gehört sozusagen zu deren Exzellenz letztlich dazu. Also, dass man da sozusagen einen Widerspruch draus macht, John Dewey hätte das so interpretiert, er sagt, es gibt zwei Formen von Wissen. Die eine entsteht sozusagen aus der Heiligkeit, also irgendwelche Gegenschritte, die man nicht anrühren kann, die in sich ruhen, und das andere sind die Glücksbringer, die man die ganze Zeit anlangen muss, damit irgendwas passiert. Und unsere Wissenschaft, sagt er, hätte sich nach der Heiligkeit orientiert. Also sozusagen ein in sich kreisendes Elfenbein- türmartiges System und nie nach dieser Situation eines pragmatischen erfahrungsgesteuerten Wissens, und er sagt ja dann da auch mal diesen wunderbaren Satz, ein Gramm Erfahrung ist mehr als eine Tonni-Theorie. Und ich finde, das sind so Dinge, die muss man auf diesem Weg, wenn man wirklich diese Öffnung will, dann entsprechend auch ernst nehmen. Und dann eben so, wie Sie sagten, nicht mehr immer von Transfer reden, sondern wirklich von Augenhöhe. Und dazu gehört auch das Thema, wenn ich schon höre, bürgerliches Engagement. Natürlich, wir haben bürgerschaftliches Engagement, das ist ja der Punkt. Also ich denke, da gewinnt auch die Augenhöhe dann auch Format. Ich will der Stadt noch sagen, ich habe da noch einen wichtigen Namen zu sagen. Ja, vielleicht ergänzt es. Ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt beginnen, darf nicht mit einem Trugschluss enden oder mit einem Trugschluss sonst starten, dass sich die Hochschule nicht verändern wird. Also wenn wir sagen, das ist ein Transferprogramm, die Hochschule bleibt so, wie sie ist und es wird transferiert, dann haben wir weder gleicher Augenhöhe noch haben wir wirklich diese Entwicklung von Wissen in dieser mehrfachen Version, wie sie vorhin schon geschildert ist. Und deswegen glaube ich, dass der Erfolg eines solchen Programmes wie Innovative Hochschule steht und fällt auch damit vielleicht auch zu beweisen, dass sich Hochschulen neu entwickeln können. die Geschäftsführerin der Leiterin der E-School von Stanford University hat vor kurzem mal eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, letztlich produzieren wir tatsächlich Exzellenz an unseren Hochschulen und Universitäten, aber es sind exzellente Schafe und ich würde gerne sehen, dass wir eben diese Schafe nicht produzieren, sondern dass wir wirklich Möglichkeiten entwickeln, Hochschule auch durchaus in manchen Feldern, nicht überall, auch radikal neu zu denken. Und der Hochschule war früher was anderes. Der Hochschule war früher auch für die Gesellschaft ein Freiraum und ein Diskursraum, wo gesellschaftliche Diskurse möglich waren. Das ist jetzt ein bisschen früher, also das ist noch nicht die verfasste Hochschule, wie wir sie jetzt hier haben, oder sozialisierte Hochschule, aber dieses in einem modernen Gemeinde nochmal neu zu denken, finde ich einen ganz wichtigen Teil und wenn das gelingt, dann sind die 500 Millionen gut eingesetzt. Vielleicht kann man ergänzen, dass natürlich auch in Ländern, die nicht so eine vielfältige Kulturlandschaft haben, wie Deutschland, beispielsweise, angesichts schon in Amerika, auch eine ganz andere kulturelle Rolle spielen in einer Gemeinde, leider auch nicht, was man planten hat. Aber jetzt noch mal, Herr Lopke, ich treibe mich so eine Frage, bitte verstehen Sie die jetzt nicht falsch, weil ich treibe mich wirklich um, vielleicht mir auch falsch mal zu. Also Sie haben ja natürlich völlig zu Recht gesagt, dass bestimmte wirkerschaftliche Errungenschaften und Innovationen waren, also Demokratie, Sozialstaat, Sie haben die Hospiz-Thematik angesprochen, Pflege, könnte ich dazunehmen, seitdem, bevor Pflege zu Pflegewissenschaften, die gab es ja auch erst mal zivilgesellschaftliche Pflegeeinrichtungen. So, aber ist es nicht auch so eine gewisse Gefahr, dass ein Kurzschluss ist, dass man bürgerschaftliches Engagement mit dem anderen Guten verbindet? Was ist denn jetzt, wenn plötzlich die Bürgerschaft auf Holzwegen ist? Also in Amerika oder in Dresden. ist es dann noch Zivilgesellschaft und ist das kein Engagement mehr? Also ich würde sagen, dahinter steckt ja doch immer auch was Normatives und plötzlich sind neue Normen aber die gleichen Aktionsformen und sind das jetzt andere Player? Also man muss ja jetzt mal so sehen, es gibt in Deutschland 30 Millionen Menschen, die engagiert sind. Also es geht jetzt nicht um die Krautspotatoes, es geht nicht um die Menschen, die auf dem Stammtisch sozusagen vor sich hin simmen. Und natürlich gibt es auch eine dunkle Seite dieser Zivilgesellschaft. Also ich will jetzt Medida oder solche Dinge nicht kleinreden, auch das ist aber auch ein ganz richtiger Indikator für unsere Gesellschaft, dass sich das sozusagen auch auf der Straße zeigt, damit zumindest als Phänomen diskutabel wird. Aber wir müssen einfach sehen, auch jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Thematik Flüchtling und so weiter. Die riesengroße Menge des Bürgerschafts im Engagement liegt sozusagen auf der guten Seite der Gesellschaft in Anführungszeichen. Also die bemühen sich um Integration, die bemühen sich um Ankommen zu einer Willkommenskultur und wenn Sie sich so ein Phänomen anschauen wie in Zaneding, wo dieser schwarze Fahrer angegriffen worden ist und wo plötzlich Tausende sozusagen plötzlich dastanden und gesagt haben das geht nicht und dann vergleichen zum Beispiel eine Gesellschaft wie in Heidenau wo sowas nicht passiert dann kann man sich ja darüber auch einmal fragen welche Tradition von Zivilgesellschaft liegt dem Ganzen zugrunde. Wir haben in der DDR eine Gesellschaft gehabt die sozusagen desorientiert war in ihren Strukturen wo Zivilgesellschaft sehr staatsnah organisiert war über Kombinate organisiert war die ganze Kultur es ist alles sozusagen zerstört kaputt wie auch immer wir haben im Westen eine gewachsene Zivilgesellschaft an Vereinskultur an Organisation an Menschen an Bürgerinnen und Bürger die es gelernt haben in einem deklarativen Raum wie Halbemaster sozusagen sich zu artikulieren zu diskutieren und auch in einer engen Verbindung mit Kommunalpolitik das auszuhalten wenn da die Tradition der Zivilgesellschaft die kommt nicht sozusagen aus der grünen Wiese dann ist eine Demokratie stabil das das wird sich irgendwann ausmeldet es gibt einen herrschenden Diskurs und dann gibt es einen der auf der Straße ausgetragen werden muss weil er nicht herrscht und jetzt wird es spannend bisher war das immer ziemlich gut verteilt also einen Satz möchte ich dazu sagen wenn es Europa die EU verstanden hätte sich sozusagen als zivilgesellschaftliche Form zu organisieren dann wäre vielleicht der Brexit auch nicht passiert also wenn man sich anschaut was der Juncker zum Beispiel in Straßburg erzählt hat mit dieser ganzen Krisensituation kein einziges Wort zur Zivilgesellschaft also das heißt er hat nie das Europa der Bürgerinnen und Bürger in keiner Weise angesprochen und dass dann Menschen vom Haken gehen meine ich nicht dass es sozusagen eine ein Abstimmung gegen die Zivilgesellschaft war sondern gegen eine bestimmte Art von Wasserkopf für die Grüße Ich glaube wir haben jetzt so ein bisschen was getriggert hoffe ich jedenfalls in der Diskussion dass wir hier nichts beenden können wir wollen jetzt noch nicht um Europa sprechen das war nicht meine Absicht meine Absicht war tatsächlich noch mal das Aufzugreifen dass Europa aufgegriffen hat wenn wir so Begriffe wie transformative Wissenschaft oder engagierte Hochschule definieren müssen wir glaube ich auch Widersprüchlichkeiten klären nicht jede Transformation ist Transformation zum Guten und Heren und zur Nachhaltigkeit und zur Erdenrettung also das kann auch von anderen genutzt werden und wir müssen aufpassen und da bin ich wieder ganz bei einem Hof wenn ich mir das erlauben darf als Modernator dass wir nicht vor der Entscheidung was gute Wissenschaft ist eine normative Ebene einschieben einschieben die im Augenblick natürlich sehr geschickt mit der Erdenrettung und Nachhaltigkeit gefüllt ist wir müssen uns den großen sozialen und globalen Herausforderungen widmen die kann auch ganz anders gefüllt sein indem andere Normenfüller diese Normen setzen und dann haben wir wieder das Problem was macht die Wissenschaft jetzt also wir sind da nicht weit das ist ja eine große Sorge in denjenigen und es sind viele es ist nicht nur die Magistankesellschaft die mit Fragen der Partizipation und Transparenz sehr wenig anfangen kann das muss man auch ganz mal das muss man auch mal konstatieren ich sage nein wir machen Grundlagenforschung das hat eine völlig eigene Diskurslogik und Erkenntnislogik und es ist nicht so schwierig das da alles wieder zu also ich würde auch sagen das sind hier Menschen die 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 diesen Diskurs den Menschen treiben relativ weit vorangeschritten haben aber so die der Richtigen in den Augen schon ist es noch nicht verankert oder sind sie am Anfang ja ich bin schon am Anfang ich kann ich kann die Argumente nachvollziehen aber ich glaube dass genau da das Problem liegt dass die Wissenschaft sich viel zu wenig in diesen in diesen durchaus Konfliktreiben zivilgesellschaftlichen Diskurs eingebracht hat wo war denn die Stimme der Wissenschaft wo es um die Flüchtlingsdebatte ging um die Radikalisierung die war nämlich nicht vorhanden und warum war sie nicht vorhanden weil es überhaupt noch keine Plattformen für solche Dialogformen gab ja in einzelnen natürlich schon aber im Gesamt wenn Sie die gesamte Schriftlage anschauen taucht die Wissenschaft viel zu wenig auf und ich sehe es genauso wie Sie dass die Zivilgesellschaft jetzt nicht nur die positive Seite ist aber durch die Öffnung hat man natürlich Zugänge sozusagen zu der gesamten Bandbreite und da sehe ich die Chance und vielleicht noch Einbruch zum Thema Öffnung die Hochschulen haben sich ja schon lange in unterschiedlichen Formaten geöffnet da sei dass die Zugangsberechtigung zu Hochschulen jetzt schon mal erweitert worden ist eine ganz andere Diversität dort herrscht insofern ist Hochschule als Kosmos ohnehin nicht mehr das was es mal war also es sei es jetzt nicht abwertet sondern es ist einfach ein anderes Format eine andere Studierendenschaft und auch eine andere Studierendenschaft und dem glaube ich muss man schon ab Rechnung haben ich glaube ich habe das Mikrofon nicht versagt ne doch Akku ist hasse wir haben zu lange geredet wollen wir aufhören oder gibt es neue Batterien oder ist das hier regenerativ aufgeladen also wir machen weiter ich finde gut was vorhin gesagt hat das zeigt ja so ein bisschen dass sich die Hochschulen natürlich auch schon durch eine ganz neue Klientel verändern das hat auch Herr Stark gesagt wir verändern uns vielleicht diesen Begriff der Veränderung nochmal reflektiert von Herrn Hofer der jetzt nochmal was zum Transfer ich würde versuchen ja ohne Mikrofon versuchen ich kann es mal versuchen ja ich trage die Stimme also Transfer haben wir gehört vorher von Herrn Eickelbaum ist nicht unbedingt einseitig sondern rekursiv aber doch eher von irgendwo hin nämlich von da wo Wissen produziert wird in die Gesellschaft da wo sie wir haben gerade gehört in der Gesellschaft wird auch Wissen produziert natürlich aber in dieser Förderinitiative ist schon die Richtung vorgegeben und als ich den Antrag den Ausschreibungstext gelesen habe steht davon Nachhaltigkeit ja also diese Transferstrukturen diskutiert die Zivilgesellschaften die Strukturen die da aufgebaut werden sollen das ist das ist das ist das ist das ist kann man ja das auch ausmachen das ist Was ist jetzt hier so? Ach so. Der Tom spricht. Der Tom spricht. Da kam der. Jetzt habe ich es leise gemacht, weil man euch gehört hat. Gehen wir ausgemacht. Na nicht aus, aber... Aber die Batterie zeigt schon, dass wir nicht sind. Ja, wir hören doch gleich auf. Also einmal zum Transwertbegriff. Oh, das ist schon weg. Und einmal zum Wissensbegriff. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Also der Transfer soll nachhaltig sein. Und jetzt stelle ich mir vor, dass es an der Quelle, Entschuldigen Sie, Herr Röpke, Wissen produziert wird, von einem Lehrstuhl, ja, und am Ziel eine gemeinnützige Organisation steht, zwei und so. Diese Quelle, dieser Professor, der wird wegberufen, er wird emeritiert, er bekommt andere Forschungsinteressen, dann versiegt diese Quelle. Wie kann da Stabilität, wie kann da Stabilität oder die Struktur von solchen Transferprozessen über längere Zeit gewährleistet sein? Diese Non-Profit-Organisationen sind oft auch sehr volatil oder vielleicht haben sie auch jetzt genug Wissen von der Universität bekommen. Sind da, ist da überhaupt, das ist ein wichtiges Kriterium, die Nachhaltigkeit. Das habe ich mir überlegt, als ich das gelesen habe. Denn wenn neue Wissen produziert werden, die sich an andere Zielgruppen richten, dann braucht es neue Strukturen wahrscheinlich. So, das war eine Frage. Und die zweite Frage ist die Wissen. Es geht ja um den Transfer Wissen, Ideen und Technologien. Also, in meinem Verständnis produziere ich als Wissenschaftler Erkenntnis, Wissen. Und das kann relevant sein oder nicht relevant. Wann ist es relevant? Und wie kann ich das so gestalten, dass es für den Praktiker, für den nutzbar ist? Und dieser Stokes, der legt nahe, oder eine handlungstheoretische Betrachtung legt nahe, zwischen verschiedenen Wissensarten zu unterscheiden. Die einen, die der Praktiker braucht und die er von der Wissenschaft bekommt, und andere, die der Wissenschaftler produziert, die aber nicht für den Praktiker relevant sind. Und da gibt es in einer klassischen, klassischen Vorstellung von dem Mario Bunge, dass ein Wissenschaftler, wenn-dann-Theorien, also formuliert, die dann praxisrelevant sind, wenn die dann-Komponente identisch ist mit dem Ziel des Praktikers. Also, wenn jemand Legasthenie-Forschung betreibt, dann hat er in einer abhängigen Variablen, dann-Komponente, also Rechtschreibfähigkeiten von Kindern. Und er sucht nach der Wenn-Komponente, nach Bedingungen, Ursachen, und das Ergebnis sind dann Wenn-Dann-Theorie, also nomologische Aussagen. So, der Praktiker hat ein Ziel, hat also normative Forschungen, und er braucht aber operative Hinweise. Und da nutzt diese nomologische Theorie zunächst mal nichts, es sei denn, man ist in der Lage, aus der Wenn-Komponente, der Ursachenkomponente, eine Handlungsanweisung, einen operativen, zu gewinnen. Und das ist dieses Punktgeschehen. Der Praktiker braucht aber auch noch diagnostisches Wissen, um seine Situation zu klären und seine Ziele zu überprüfen. Er braucht noch institutionelles Wissen. So, dazu kann die Wissenschaft nichts beitragen. So, und jetzt haben wir also die Perspektive des Wissenschaftlers und die des zivilen Menschen, des Zivilisten, des Bürgers oder so. Und das stelle ich mir diesen, wie haben Sie vorher gesagt, Transferagenten vor, der beide Perspektiven kennt und aus der Perspektive des gesellschaftlichen Menschen und aus der Perspektive des Wissenschaftlers nach dieser Transformationsmöglichkeit sucht. Und dann daraus, der Wissenschaftsrat sagt, es gibt drei Komponenten der Transferstrategien, kommunizieren, beraten und anwenden. Und daraus werden diese Strategien produziert, in Form von Zeitschriften oder Vorträgen oder Tagungen oder Apps oder Webportale und so weiter. Das allerdings, Herr Stark, das setzt auf einen Wissenschaftsbegriff, den Sie vielleicht als, oder Wissensbegriff, den Sie vielleicht als überholt betrachten. So würde ich das sehen. Aber das ist der gängige Wissenschaftsbegriff in der Sozialwissenschaft. Es, ich sage mal so, es war der gängige Wissenschaftsbegriff in der Sozialwissenschaft. Ja, da könnten wir uns drüber streiten. Aber die Frage, wenn ich mir eine Hochschule angucke, dann ist es tatsächlich so, wie die Frau Gien sagt, Hochschulen haben in den letzten Jahren außer einzelne Wissenschaftler ganz selten Stellung zu gesellschaftlichen Problemen genommen. Sie haben zu den aktuellen, sie waren keine Agora für gesellschaftliche Fragestellungen. Ich habe lange, bevor ich an die Uni gegangen bin, habe ich ein Selbsthilfezentrum geleitet und mit aufgebaut. Jede zweite Selbsthilfegruppe im Sozialbereich und im Gesundheitsbereich hat die Definition ihrer Fragestellung, die Definition ihrer Probleme lange an Wissenschaftler herangetragen und es war ein langer Weg, bis Wissenschaftler verstanden haben, ähnlich wie das bei dem Thema Hospiz. Jetzt müssen wir wirklich in dem Bereich was tun. Und diesen Weg zu verkürzen, ist ein Teil einer Transferstrategie. Und dazu brauche ich auch einen anderen Wissensbegriff. Ich muss mich dazu tatsächlich öffnen, um eine neue Fragestellung zu entwickeln und das neu zu betrachten. Da komme ich nicht drum rum. Also wenn wir bleiben, was wir sind, und Agenten, Transferagenten ist quasi das klassische Übergangsphänomen, Transferagenten tauchen immer auf, wenn beide Seiten bei denen, was transferiert werden soll, so bleiben wollen, wie sie sind. Da brauche ich die Agenten, weil die müssen übersetzen etc. Die bewegen sich nicht, das gilt für beide, Zivilgesellschaft und Wissensproduzenten oder Hochschule. Und wenn ich die quasi neu bewegen will, dann muss ich sowohl die Lehre verändern, praxisorientierter machen. Ich bilde ja Leute aus, die quasi von praktischen Problemen viel mehr verstehen und das nicht erst ganz am Ende im Praktikum machen, nachdem sie Theorie und Methoden kennengelernt haben. Und ich muss auch Wissenschaftsproduktion im Sinne von Forschung neu denken, indem ich mich mit den Praxisfeldern zusammensetze und Neues entwickle. Dann habe ich eine Möglichkeit. Dann kann ich auch auf die Agenten wieder verzichten. Ich schlage vor, dass wir jetzt mal einen Transferagenten, nämlich den Herrn Spurer, der sich eh gemeldet hat, und dann kommen wir zu der nächsten Meldung, mal diese Auseinandersetzung jetzt reflektieren lassen. Warum bedarf es einen Transferagenten? Was tut er und wann kann man ihn wieder abschaffen? Das kann man ihm schlängst. Also, wenn man ihn wieder abschaffen kann, lasst ihn offen. Ich denke, es gibt einen Bedarf. Und ich denke, der Transfer ist wirklich auch im Gegensinn gemeint, wie Frau Biel in dem vorhin hatte. Dass ein Transfer innerhalb des Hochschulsystems zwischen den verschiedenen Leistungsdimensionen stattfindet, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, und da auch Innovation steht ja an den Schnittstellen von Systemen. Das wissen wir an der Peripherie und wo sich Communities zusammentreffen. Auch die Diskussion heute hier ist ja etwas, da wird jetzt Neues befördert, warum unterschiedliche Perspektiven zusammen, wenn man hier Diversität miteinander spricht. Also, das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, und das ist ein großes Potenzial innerhalb der drei Leistungsdimensionen der Hochschule. Und dann gibt es natürlich auch den Transfer des Hochschulsystems mit der Umwelt. Und insofern, wir können vielleicht noch den Agentenbegriff veranstalten, weil ob es jetzt ein Doppelagent ist oder ein Doppelagent ist. Ein Rekursiver. Genau, also vielleicht kriegt da... Agent Provocateur. Aber was ich nochmal bei der Diskussion Spannendverhandlung durch aufgehört habe, das war diese Quelle des Wissens. Und das kommt mir vor, das muss man vielleicht nochmal überdenken, weil, ob das wirklich nur eine Quelle des Wissens ist, hat man ja auch in den Wissenschaften über viele Jahrhunderte so eine Idee verfolgt. Weil wir haben ja heute auch viele Quellen des Wissens, die sowohl im Wissenschaftssystem als auch in der Zivilgesellschaft, als auch in der Wirtschaft und anderen Systeme sehen. Das sehen wir ja zum Beispiel bei den technologischen Innovationserfolgen im Silicon Valley oder so. Und die Innovation, die steht auch außeinander der Hochschulen. Und die Hochschulen haben durch Transferagenten oder was auch immer gelernt, voneinander zu lernen. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Idee. Und das mit den Quellen des Wissens, das finde ich auch nochmal mit dem Rückgriff auf die europäische Forschungspolitik. Das ist ein interessanter Punkt, wenn man zum Beispiel Helga Rottnig folgt, die jetzt ein Buch geschrieben hat, The Certainty of Uncertainty, glaube ich, heißt das Buch, da hat sie auch, so eine Leitidee war, dass man sozusagen zu den Quellen des Wissens auch hinsteht. Also, dass man sozusagen den Fluss abwärts schwimmen muss, um zu weiterer Erkenntnis zu kommen. Das finde ich auch eine ganz gute Idee nochmal mit der Quelle. Aber dass es nur eine Quelle gibt, würde ich zweitens noch mal zur Diskussion stellen. Vielen Dank. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir diesen Dinger auch nochmal... Ich glaube, man muss ja auch in den einzelnen Fächerkulturen klären. Vieles, was gesagt wird, stammt aus dem Hintergrund der eigenen Sozialisation und Entkultivation, in dem man gelehrt und gelebt hat. Also, wenn Sie Informatiker fragen, wo heute die Quelle des Wissens der Informatik ist. Ein Informatiker aus Denver hat mir gesagt, wenn ich wissen will, was im Augenblick in der Informatik abgeht, dann muss ich zu Intel oder zu IBM oder zu Google. Aber noch nicht mehr an meinem Lehrstuhl, wo ich zehn Leute habe. Die können noch so... Da habe ich gar nicht Ressourcen. Da passiert das Ding, von dem ich lerne. Das ist die Fachkultur, die besonders ist, weil da sozusagen ein High-End-Umschlag von Wissen ist. Und das muss, glaube ich, jeder Fachbereich neu definieren und dann auch seine Partner definieren. Also, ich glaube, ein historischer Germanist hat vielleicht einen anderen Partner als ein Soziologe oder ein Pädagoge oder was weiß ich. So, jetzt haben wir aber so viele Hände gesehen. Aber dann ist es los, da hinten rechts und dann gehen wir mal rüber, ja? Ja? Oh, jetzt komme ich noch weiter. Stehen Sie einfach auf. Wir sammeln vielleicht mal zwei Fragen und Sie ordnen dann... Ich spreche jetzt hier von denen. Wenn Sie angesprochen fühlen... Ja, bitte. Genau, ich wollte zu dem, was Thomas gesagt hat, ergänzen. Das wurde auch angesprochen. Also, ich finde, für mich persönlich, in meiner Wahrnehmung, vieles ist überhaupt nicht mehr zutreffend. Also, die Darstellung etwa der Hochschulen und der Universitäten, Eichler ist ein schönes Beispiel. Wir haben viele andere Anwesen, die dafür beispiele sein können. Die wurden auch heute dargestellt. Also, wir sind längst raus, dass man auch in Internetseiten nur noch das Präsidium etc. findet. Wir haben das Hochschul-Nachhaltigkeit als einen großen Treiber hier in Bayern. Also, da passiert ganz viel, auch in der Gesellschaft. Und eine andere Sache, die Frage wurde jetzt immer so gestellt oder von Ihnen auch so rumgestellt, lösen wir in den Hochschulen die gesellschaftlichen Probleme? Das ist sicher nicht so. Was mich wundert, ist, dass die Frage, oder der Frage, die ich nachgegangen worden ist, klingt es für die Hochschule selber denn die Innovation? Und da würde ich definitiv mit Ja antworten. Und da hat mir total gefehlt, dass Sie differenziert in die verschiedenen Bereiche reingegangen sind. Wir haben die Lehre. In der Lehre ist die größte Entwicklung eigentlich die Kompetenzorientierung, die stattgefunden hat. Neben der Fachlichkeit werden eben jetzt auch Kompetenzen gefordert. Und diese Kompetenzen kann man, wenn man sich damit auseinandersetzt, eigentlich nur über Praxis, über Praxisprojekte letztlich dann auch erwerben. Aber da würde ich sagen, hier kann man ein ganz kleines Jahr sitzen. Der zweite Bereich der Forschung, finde ich, kann man auch viel pragmatischer beantworten. Probieren Sie mal zum Beispiel in der Biologie eine Landkarte der Habitate von irgendeinem beliebigen Tier, das Sie sich auswählen können, in Deutschland zu machen. Das können Sie alleine gar nicht mehr schaffen. Citizen Science, der neue Ansatz, ermöglicht hier in der Zusammenarbeit eben genau solche Kapazitätsnücken zu füllen mit Wissen, was Tom ja auch angedeutet hat, was bereits da ist. Wir brauchen die Leute nur zu fragen und sie fühlen sich geehrt. Sie sehen also, das war mehr eine Anmerkung, wo mich einfach so der Diskurs befremdet hat. Tatsächlich so ein bisschen in die Frage mehr kommt, wer der Transferbegriff, den ich gerne an Sie und das Ministerium noch mal richten würde. An unserer Hochschule wird der Transferbegriff rein, oder wird so verstanden, wie wir in die letzten Jahrzehnte verstanden wollen, ist nämlich rein das Technologietransfer. Ich würde gerne fragen, ob es irgendwie angedacht ist, dass das, was Sie heute hier in Ihrem Vortrag ja dargestellt haben, ich konnte es leider noch nirgends finden und würde es gerne an meiner Hochschulleitung auch vorlegen, dass hier Transfer neu und anders gedacht wird. Weil unsere Hochschulleitung, unsere Hochschule und die alteingesessenen, die verstehen Transfer als Technologietransfer in der guten alten Tradition und auch die innovative Hochschule wird in dieser Form bespielt werden, zumindest bei uns, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Deshalb da die Frage an Sie. Kommt es da noch mal zu einem Statement von Ihrer Seite, dem WMWF? Ich möchte gerne zwei, drei Fragen sammeln. wir hätten sich das für ein Wort. Dann war jetzt der nächste Frage. Ja, bitte schön. Ich würde aber gerne erst die Antwort abhören, weil das hier in eine andere Richtung geht. Also erstens, also wir sind da auch noch auf dem Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Und also in einer Hightech-Strategie, in einer neuen Hightech-Strategie, ich habe Ihnen da ja die Zitate genannt, da klingt das schon an, so, wie wir neu den Transfer definieren. Wenn Sie es konkreter haben wollen, dann empfehle ich, sich die Präambel der Verwaltungsvereinbarung Innovative Hochschule durchzulesen und die Nummer eins, ich glaube, Zuwendungszweck der Förderricht in der Innovative Hochschule, weil, also da ist zumindest der Transfer so definiert, wie wir ihn verstehen. Und, also ich weiß natürlich auch, dass, wenn Sie Transferstellen an vielen Hochschulen und so weiter fragen, dass die dort eher noch dieses konventionelle Verständnis haben. Und zum Teil erlauben wir uns dann manchmal auch so gemein halten, dass wir, also zum Beispiel in der Validierungsförderung, die Herr Mayer-Gugel angesprochen hat, WIP Plus, die hat den schönen Namen Validierung des Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung und wo Transfer konkret gefördert wird. Also, wenn jemand ein Forschungsergebnis hat, eine Anwendung absehbar ist, dann kann er Fördermittel dafür bekommen, für diese anwendungsvorbereitenden Maßnahmen. Und, auch da steht explizit drin in der Richtlinie, auch, es ist nicht nur technologischer Transfer adressiert, sondern auch nicht technologischer Transfer. Es geht um gesellschaftliche Anwendungen und alle Wissenschaftsdisziplinen sind eingeladen. Und, wenn Antragsteller oder Interessenten kommen, sagen wir denen auch gerne, richtet euch doch mal als Geisteswissenschaftler eure Anfrage an die Transfer stellen, um direkt dort auch so eine Sensibilisierung zu finden. Und ich kann nur noch mal betonen, dass die Innovative Hochschule nach unserem Verständnis und ich glaube, ich kann da auch für alle 16 Bundesländer sprechen, die da mitverhandelt haben, meint das wirklich ernst, dass es hier nicht um Technologietransfer geht, dass es hier nicht nur um kommerzielle Verwertung geht, dass es hier nicht nur um technologische Innovationen geht und dass es hier nicht nur um Ingenieurwissenschaften, Technikwissenschaften, Lebenswissenschaften geht, sondern, dass der Transfer, auch so wie Frau Gien das beispielsweise angesprochen hat, dass der auch bei der innovativen Hochschule adressiert werden soll. Wenn es zu ihrem bisherigen Profil, zu ihrem bisherigen Hochschulprofil passt, also als technische Universität, aber da gibt es auch geisteswissenschaftliche Bereiche, auch da kann man das mitdenken. Danke. Es gab so viele Meldungen und ich schaue auf die Uhr. An der Stelle muss ich genau eine Einladung der Bormann-Hochschule für angewandte Wissenschaften beschwöre ich jetzt besonders Neu-Ulben. Die ganze Diskussion bisher war im Wesentlichen zu sehr von der Perspektive von Universitäten geprägt und ich kann nur hoffen, dass diejenigen, die im Entscheidungsgremium sind, die Perspektive von HAWs kennen. Ich möchte noch zwei Dinge eingeben. Wissen. Wir setzen bei dem Thema Wissenstransfer immer voraus. Es gibt da jemanden, der weiß etwas und der transferiert das dann an jemanden anderen, auch dass der andere dieses eben weiß habe. Und wir gehen bei der Perspektive der Praxis davon aus, die Praxis hat irgendein Ziel, vermutlich blöder Marmon oder Ähnliches und gehen damit an die Hochschule und sagen, jetzt generiert mir bald ein Wissen. Das ist überhaupt nicht unsere Realität an HAWs, sondern das passiert bei uns. Unsere praxiserfahrenen Wissenschaftler, wir haben alle fünf, mindestens die meisten von uns, zehn Jahre in der Praxis verbracht und sind dann in die Wissenschaft gegangen. Wir unterhalten uns mit den Praktikern, um eben nicht herauszufinden, wo das Wissen liegt, sondern wo das gemeinsame Nichtwissen liegt. Und da fängt eigentlich unsere Forschung an, indem wir die Lücken entdecken, die wir in der Wissenschaft füllen müssen und die wir gemeinsam mit den Praktikern für die Praxis lösen müssen, und zwar dann so, dass sie in der Praxis auch transferable ist, sodass sie in wissenschaftlichen Anforderungen gelügt. Also daher das Wissen bitte anders denken, nicht nur als etwas, ich habe etwas, ich habe ein Wissen und das gebe ich dir jetzt, auf das du mehr hast und wenn du ein Ziel hast, dann beantworte ich dir das entsprechend. Sondern im Gegenteil, wie oft passiert es in den Interaktionen mit unseren Mittelständlern aus der Region, dass die Mittelständler gerade im Diskurs mit unseren Wissenschaftlern herausfinden, oh, das ist etwa ein spannendes Thema, mit dem habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. in meiner Praxis sieht das so und so aus, können wir uns das mal auf die spezifischen Bedarfe meiner Branche, meiner Unternehmensgröße, meiner Unternehmenskultur, etc. hin anschauen und auf diese Art und Weise entstehen, neues Wissen. Und an dieser Stelle würde ich einfach, das könnte, da glaube ich auch gerne mit Herrn Kreulich zu dem Thema, an dieser Stelle hoffe ich einfach, dass in der innovativen Hochschule dann dieser andere Art des Austausches, den wir an den HWs, an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mit unseren Kooperationspartnern, sowohl in den zivilgesellschaftlichen Organisationen, als auch in der Wirtschaft, pflegen, das gehen hier auch berücksichtigt. Also ein Begriff von Wissen, wir fangen beim Nichtwissen, wir fangen beim Entdecken, wir fangen im Transfer beim Entdecken des gemeinsamen Nichtwissens an. Und bis man dann zum Wissenstransfer kommen müssen, weiter weg, und nicht klauen, wer in euren Handtänen. Das ist schon, das ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist halt, die Frage der Augenhöhe, die Frage, also die Frage der Öffnung der Hochschulen stellt sich für uns nicht, auch die Frage der Augenhöhe stellt sich für uns, vielleicht in einer ganz anderen Weise als einer Universität. Bei uns stellen sie sich auf eine andere Art und Weise, bei uns ist es eher, das gibt Problematik, und dafür ist es schön, dass ich gesagt habe, viele, wir haben ja mit vielen akademisch gebildeten Familienunternehmern, mittelständischen Unternehmern zusammen, dass hier diese spannende Interaktion zwischen den akademisch gebildeten Praktikern und den praktisch gebildeten Akademikern, auch nicht klauen, dass die hier bei uns zustande kommt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das eigentlich die Richtung ist, in die Sie gehen wollen. Danke. Ich bin auch am Mitstreifen, aber für andere Zwecke. So, jetzt, da unten, bitte. Sie machen, ja, wir brauchen mal ein bisschen das Fehlerhebmanagement. Ich schließe ganz kurz an, also meine Frage ist, ich bin nach Völter von der Anlieferung und Hochschul, denn die, Sie haben da eine wunderbare Steilvorlage gelegt. Meine, denn Sie sagen, WMV möchte ja auch lernen, auf den ganzen Prozess. Meine Frage ist wirklich, ob der Transferbegriffen wirklich inzwischen dann missverständlich ist, weil er wirklich suggeriert, dass es diese lineare Überlegung gibt, auch wenn da rekursiv davorsteht, ob es nicht wirklich im Austausch geht, also diskursiver Austausch oder dialogischer Austausch und was ich raushöre, dass wir Foren benötigen, wo auch immer sie sind, die sind möglicherweise auch zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft, also eben noch intermediäre Formen, vielleicht nicht Manager, sondern diese Moderatoren, Moderatorinnen, die zwischen Hochschule und Akteuren der Zivilgesellschaft moderieren, müssen vielleicht sprachlich etwas vermitteln, sie müssen aber insbesondere Foren schaffen, wo man sich überhaupt begegnet. Sie haben gesagt, das liegt an der HRW ganz nahe, das würde ich auch so unterstreichen und dennoch finde ich, muss dann in der Begrifflichkeit auch nochmal was getan werden, nachgesteuert werden. Und letzter Punkt, wenn Sie sagen, Sie vermitteln das ganz oft, wir hatten ja auch ein Gespräch, Sie haben es auch wunderbar im Vortrag dargestellt, denn ich höre sehr wohl raus mit den sozialen Innovationen und so weiter, gleichwohl wird es in der Hightech-Strategie verborgen ist, dann ist da auch was noch nicht so richtig transparent und ich habe ein ähnliches Problem wie Sie, wir haben ja, wir stellen einen Verbundantrag und haben eben mit technischen und Wirtschaftshochschulen zu tun und da geht es dann schon immer um die Frage, ist jetzt doch Wirtschaft wichtiger, ist jetzt doch technisch wichtiger als eure sozialen Fragen und so weiter. Also da bitte ich vielleicht noch so ein bisschen nachzusteuern, weil auch immer, dass man in der Wirtschaftszene und auch an den Ort der Vermittlung noch mal guckt, erreicht es auch wirklich alle Ohren, so wie es sein soll. Herzlichen Dank. Weiter noch mehr? Erstmal hier vorne an der Punkt, dann gehen wir nach links. Der Punkt von der Universität von Westlandau, wobei ich vorausschieb möchte, ich spreche nicht unbedingt von unserer Universität, sondern auch einfach ganz dritte. Herzlichen Dank. Ich würde mir wünschen, dass in vielen Berufungs- oder in allen Berufungskriterien Praxisphasen erforderlich sind, auch um eine Forschungskarriere weiter fortzusetzen oder vielleicht auch sogar zu beginnen, das ist meiner Einschätzung nach noch überhaupt nicht überall gegeben, primär sicher an langtagierten Universitäten. Ich würde gerne, also was mich wirklich erstaunt, das finde ich spannend ist, ich dachte immer, Konstruktivismus wäre überholt, zum Beispiel, ne? Und wir werden schon längst an Konstitutionismus, vor zehn Jahren schon. Damit ist der Transferbegriff quasi eines Transportes überhaupt nicht mehr vereinbar. Das kann eigentlich gar nicht mehr gehen. Was ich stärker im Vordergrund sehe, ist, dass eine stärkere Innovations- und vielleicht auch Nutzenorientierung auf den Forschungsaktivitäten, auf die Aktivitäten nicht entgegen, der Freiheit der Lehre und Forschung entgegensteht, sondern eine riesige Chance dafür bietet, weil ich nämlich dadurch die Möglichkeiten komme, auch gerade durch kooperative Settings, Perspektiven, Übernahme zu lernen, zu üben, immer wieder auszuprobieren und dadurch meine Forschungsfragen vielleicht entsprechend auszurichten, das haben wir jetzt schon mal gehört. Und ganz konkret bedeutet das, manchmal, wenn ich Fragebögen ansehe und mir dann überlege, die gehen jetzt an die Bestände oder so hinaus, wenn man nicht weiß, unter welchem Leistungsstil, Druck man bei Quartalszahlen steht, also wenn man immer an Quartalszahlen gemessen wird, das ist irgendwie, das ist gerade in kleineren Unternehmen einfach was, was sehr präsent sein kann, dass es vielen Personen, die nie die Universität verlassen haben, nicht so präsent. Und insofern glaube ich, dass gerade diese Möglichkeiten der Perspektivübernahme eine wunderbare Chance eröffnen und die Freiheit von Forschung und Lehre deutlich vergrößern, als wenn ich mich dem nicht widme. Das war eine These, da kann jetzt jeder sagen, das stimmt überhaupt nicht, die Freiheit wird eingeschränkt, weil wir haben ja eine Steuerung über Finanzmittel, klar, das kann man mit der auch diskutieren, aber wenn eine Hochschule so frei ist, dass sie in der Lage ist zu entscheiden, wo sie sich engagieren möchte und wo nicht, dann glaube ich, ist das ein wunderbares Weg, das zu nutzen, um diese Freiheit zu vergrößern. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch so passiert, dass du nicht quasi blind irgendwo hinterher glaubst, da ist man weiß, wir haben, das hat 100 Tonne hohe Fördersen, da müssen wir unbedingt rein, kann ja auch nachvollziehen, weil Geld brauchen wir alle, aber dass es trotzdem so gestaltet wird, dass man das für die eigenen Forschungs- und Bildungsinteressen nutzen kann. Und dass man diesen Widerspruch dadurch aufgeben kann, dass man die Enträge entsprechend formuliert, ist ein Wunsch. Sehr schön formuliert, vielen Dank. Herr Vogel. Herr Vogel-Hochschule Plänehafen, vielleicht auch noch ein kleiner Kommentar zum Wording, zu den Begriffen, in der Tag, bei uns an der Hochschule wird auch diskutiert, was bedeutet nun, was versteckt sich hinter dem WMWF-Verständnis von Transfer? Uns ist aufgefallen, es geht tatsächlich, also es steckt schon ein Element von Austausch mit außerhochschulischen, außerhochschulischen Welt dahinter, aber es ist ausdrücklich die Rede von forschungsbasiertem Ideen, Technologie und Wissenstransfer und naja, dann ist irgendwie impliziter doch wieder, die Hochschule hat das forschungsbasiertes anzubieten, die Welt draußen nicht, folglich ist es ein Transfer in eine Richtung. Ja, also das ist der zweite Begriff, der auch ein bisschen schwierig ist, finde ich tatsächlich innovative Hochschule, eingangs hatten sie schon thematisiert, wer da nicht zum Zuge kommt im Wettbewerb, ist da nicht innovativ. Ja, also da steckt schon eine Wertung im Programmnamen drin, hinzu kommt, dass zwar die Förderinitiative einen vereiten Namen hat, innovative Hochschule, sich aber auf forschungsbasierte Ideentransfer beschränkt, aber beispielsweise Lehre, soweit ich weiß, nicht enthalten ist, ja, die ja durchaus auch sehr innovativ sein könnte. Es könnte ja auch eine forschungsbasierte Lehre geben, weiß ja nicht, könnte es ja vielleicht mal geben, aber... Und dann, Herr Röpke, es hat schon gesagt, es hat mich echt getroffen, wie ein Blitz, das war mir, also wirklich, das war so ein Moment, ich dachte, ja, logisch. Humboldt hat ja die Vorstellung, dass sich Menschen an der Universität bilden durch Forschung in Freiheit, also Studierende und Professoren forschen gemeinsam und werden durch den kritischen Prozess mit der intensiven Auseinandersetzung mit einem wichtigen Thema, einem freigewählten Thema, zu wahren Menschenwohnen. Dieser Freiheitsbegriff ist an Hochschulen sehr stark verloren gegangen, natürlich durch die Verschulung des Studiums. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass in der Zivilgesellschaft sich viele Leute engagieren aus völlig eigenem Antrieb und da in Bildungsprozesse involviert sind. Hochinteressant, ja, was früher eigentlich Humboldt in der Universität verortet hätte, ist jetzt möglicherweise die Zivilgesellschaft gerutscht, weil die Universität, weil die Hochschule so stark verschult worden ist. Was hat das eigentlich mit den Quellen des Wissens und der Innovationskraft zu tun? Wenn Innovation in einem Programm Hochschule gefahrt wird, wenn möglicherweise die wahre Freiheit, solchen Quellen des Wissens nachzugehen, außerhaltlich dazwischen. Das verbindet damit keine Frage, aber für mich war es eine sehr erhellende Bemerkung von Ihnen. Ich finde diese Anmerkungen alle so toll, dass ich anrege, da auch mal ein Essay mal zu machen. Inspired by Illerties. Wirklich, das sind doch alle hochinteressante Fragesteller. Aber ja, Tuchel, Sie uhraschen mich jetzt, dass Sie so unfashionend sind. Ja, ja. Ein Game. Ein Game. Das ist ein Game. Schönen Sieg. Ich brauche, wenn ich hier vorne sitze, frage ich manchmal, wenn Sie uns jetzt so sehen, was denken Sie über uns? Aber ich will jetzt keine Antwort haben. Das ist also die Frage an den Chemiker, in dem ich mich höre. Wenn ich mir die Gesamtschau angucke, dessen, was Sie heute auch präsentiert haben und was dazugehört, also von der Exzellenzinitiative bis hin zur Förderinitiative in der heutigen Hochschule, dann könnte man ja zukünftig erwarten, dass die einfache Welt, die ich groß geworden bin, das gibt es, und das sind Tätigkeiten, das gibt es, die Fachhochschule, dass die dann endgültig vorbei ist, weil so verstehen mich alle Programme, also auch die das eben nicht drittet, also ein Null-Gelder-Verliebtes-Programm, für den Sie sich entscheiden können, ob Sie in der Exzellenz sein wollen, gibt es ja auch. Also wenn wir eine ausdifferenzierte Landschaft haben, die verstehen diese Programme, als eine Anregung zur Profilbildung deutscher Hochschulen, nicht mehr, nicht weniger, so dass die Landschaft in absehbarer Zeit anders aussehen wird, vermutlich. Der Gegenheim macht ja, die Summen sind so gering, damit kann man nur der Graubendeutsche Institutionen ins Ende haben, das sind keine Anreize. Wir neigen dazu, das will ich mir jetzt gar nicht sagen, manchmal ein bisschen normativ, überschwänglich zu werden und wenn ich das Programm so lese, wie ich das glaube, zu lesen, dann würde ich uns auf der anderen Seite sagen, Herr Rocke, da fällt nicht viel für uns dabei ab, weil das Programm richtet sich erst einmal auf Wirtschaft und Gesellschaft und Gesellschaft ist viel mehr als nur CV-Gesellschaft, das müsste man irgendwie gerade definieren, aber vielleicht fallen ein paar Grosamach, ich bin nur skeptisch, ich bin jetzt der Verfasstrei der deutschen organisierten CV-Gesellschaft, wenn ich bei tragenden Dachverbänden nachfrage, wer denn das Programm zur Kindheit genommen hat und wer denn, ist das für uns, wollen wir da wirklich drauf antworten, sind sie eine mögliche Ausnahme und vielleicht muss man dann auch schon an die zweite Runde der zweiten fünf Jahre denken, um die organisierte Ziele in die Gesellschaftssterne einzubringen. Darf ich Sie, bereichwissenschaftlich kommentiert, ausgesprochen, in der Falle, wo Sie sagten, wir lernen, dass wir das noch erleben dürfen. Wer denn die deutsche Verwaltung ist so? So, jetzt ist der Eichelbauer, so, aber trotzdem noch, vielleicht noch zwei Meldungen, dann müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen, machen wir noch eine kurze Schlussrunde, die von Herrn Eichelbauer eingeleitet wird. Bitteschön. Hier, Ote Bündner, an der Saarhoff-Schule. Wie geht der Gedanke von Ihnen, Herr Staat, nochmal, Staat, ist die Kosten, also zu fragen, was ist das Wissen überhaupt? Und ich finde es wichtig, da nochmal drauf zu setzen, dass Wissen ja auch mit Machtprozessen und auch ein Konstrukt ist, was sozusagen, hier geht es eigentlich, oh ja, das ist Wissen und das ist gutes Wissen und ich sehe eine Chance in dieser Ausschreibung und auch in der Entwicklung gerade, auch das nochmal zu reflektieren, sich selber vielleicht auch an die Nase zu fassen, weil wir sind ja auch in hegemonialen Prozessen, Wissenskonstruktionsprozessen involviert und wir können so etwas auch als Chance nehmen, sogenanntes marginalisiertes Wissen auch nochmal stärker aufzunehmen und unsere eigenen Wissensvorherräte uns dann anders zu verstehen. Also tatsächlich nicht dann, das ist ein Container, das ist konserviert und naja, jetzt machen wir eben den Transfer, sondern das auch ernst zu meinen, tatsächlich zu sagen, wo ist Wissen, weil es ja auch, wie gesagt, auch aufgeschlossen ist aus dem Diskurs und eben diese Bestukurtstätigkeit auch ernst zu nehmen und zu betreiben und das ist natürlich, Sie hatten das wohl auch als Pastoral ein Stück weit auch angesprochen, denn es ist richtig verstanden, aber um das sozusagen auch ein bisschen aufzubohren und über solche Kontraben und über solche Chancen. Vielen Dank, gab es noch eine weitere Meldung? Eine noch, danke, die letzte. Dann schließe ich an, auch in der Niesbach, ich sage, auch in der Hochschule, ich würde mich ganz zufällig natürlich an, an das, was meine Kollegin und die Bürger gesagt hat, mit der Frage von Machtkonstellation und Magnifizismus, weil das, was Sie vorhin nochmal gesagt haben, Herr Mayer-Ruppe, mit dem Blick auf freie Wissenschaft und zu sagen, die Rechenfrage ist, kann man mit der Art von Kooperation, um die es hier geht, eigentlich eine Verbesserung in Lehre, in Forschung und in der Gesellschaft, wenn es darum geht, fände ich spannend zu schauen, wie kriegt man es eigentlich hin, also was das Transfer angeht, als auch insgesamt die Organisation von Studium, Lehre, Forschung, Übernahme in wissenschaftlicher Verantwortung, dass das alles eine organische Einheit bildet und nicht nur in Säulen zu denken, sondern in den Kreisen, was Sie auch gemacht hatten, sondern tatsächlich, was heißt es, das als organische Einheit zu betreiben, was heißt darin Freiheit für wissenschaftliche Forschung, was heißt darin Kooperation und was heißt es, gemeinsam mit Praxispartnern, mit Organisationen, mit Initiativen, Professionsentwicklung zu betreiben, die notwendig ist und darin, da komme ich jetzt wieder auf die Frage von marginalisierten Wissen zu sprechen, auch das da einzubeziehen und das fände ich wirklich auch sehr spannend, wenn es gelingt, insgesamt mit dem Zusammenhang mit dieser Förderlinien, es geht ja nicht nur um dieses Förderprogramm, sondern insgesamt eine Diskursverschiebung auch hinzukriegen, das wirklich den Fokus zu nehmen, wie kriegt man diese, ich nenne es immer organische Einheit, weil ich finde Forschung ohne die Lehre und Lehre ohne das, was in der Forschung passiert, das ist irgendwie, das ist immer so abgehackt und da fehlt was. Also wie kriegt man das tatsächlich hin, dass sowas wie inter- und transdisziplinär und Studiengang zu begreifen, wirklich mit Leben zu führen und auch das wirklich ernst zu nehmen und dann heißt es genau das, was es marginalisiert und das auch freizunehmen und auch da selber von zu lernen. Vielen Dank, wir haben einige Fragen noch besammelt, einige Kommentare und ich würde einmal sagen, was immer Sie noch zu sagen haben. Jetzt haben Sie die Pflege einfach dazu. Genau, ich kann ja vielleicht so ein paar Sachen aus dem Publikum nochmal aufgreifen, also das mit der Hightech-Strategie und dem Namen, das ist auf jeden Fall angekommen, das ist auch schon vorher angekommen, aber da denken wir drüber nach. Dass wir es trotzdem noch als Transfer bezeichnen, hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich auch all die Akteure, die halt bisher Technologietransfer machen, halt auch mitnehmen, wenn wir es anders, also wenn Sie mal auch genau nachlesen, was wir unter Transferstrategie verstehen, dann steht da in der Förderrichtlinie Strategie der Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn wir das aber so genannt hätten, hätte ich wetten können, dass viele, und Sie sprechen an Ihre Transferstellen an den Hochschulen, dass Sie dann sagen, ja dafür sind wir ja gar nicht zuständig. Und das wollen wir, wir wollen nicht zwischen technologischen und nicht technologischen Transfer künstlich differenzieren und dort irgendwie zwei Welten und Doppelstrukturen und so weiter schaffen. Deswegen lassen Sie uns den Weg sozusagen normalerweise fortführen, dass wir diesen Transferbegriff entsprechend weiterfassen. Und wenn man da irgendwo anders landet, ist es auch gut. Da muss man natürlich aufpassen, dass die innovative Hochschule jetzt nicht Projektionsfläche für alles wird. Also es ist immer noch so viel Geld, aber es ist trotzdem auch begrenzt. Und auch Lehre ist wichtig und ich habe ja auch gesagt, Transfer auf den Schultern von Forschung und Lehre. Wir haben uns aber hier mit den Ländern nun mal geeinigt, dass es hier erstmal darum geht, forschungsbasierten Transfer zu unterstützen. Das ist seit einem Stück. Es ist klar, das ist nur ein Teil. Das wird jetzt gefördert. Für die Lehre, es gibt Qualitätspaktlehre, auch so viel zum Thema Differenzierung. Also es gibt auch viele Programme des Bundes und der Länder, die halt auch wirklich sehr stark in die Breite gehen. Hochschulpakt, Qualitätspaktlehre, qualitätsoppensive Lehrerbildung und so weiter. Und hier setzen wir jetzt am Impuls in Richtung Transfer, Innovation, dritte Mission und so weiter an Hochschulen. Dann die Frage nach dem Namen Innovative Hochschule, dass dann die anderen Hochschulen nicht innovativ sind, und das haben Sie gesagt. Also das ist Ihre Assoziation. Wir sehen das anders, sondern wir haben auch andere Maßnahmen im Referat wie Spitzenclusterwettbewerb und sehen da einfach eine ganz große Mobilisierungswirkung, auch bei den Akteuren, die nicht gefördert werden oder vielleicht auch nicht in der ersten Runde gefördert werden. Und es sind auch alle eingeladen. Ich habe auch gehört, dass bei der Antragstellung schon dadurch, dass man sich zusammensetzt, sich eine gemeinsame Transferstrategie gibt und so weiter. Das wird ganz viel mobilisiert und man redet miteinander und man denkt darüber nach. Auch selbst wenn man die Förderung nicht bekäme, hätte das einen Mehrwert. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Denn die Frage Gesellschaft, wie viel, wie viel, das haben Sie, glaube ich, gesagt, kommt da eigentlich, wie viel Brosa haben und so weiter, fällt für die ab. Also ich muss zugeben, es ist für uns auch immer nicht so einfach, genau zu definieren, was ist jetzt unter Zivilgesellschaft zu verstehen, welche Akteure sind das denn konkret. Und wir definieren das ja auch nicht. Und wir erwarten einfach, dass die Hochschulen ihre Partner kennen, ihre Partner mit uns gut holen, auch uns gegenüber bekannt machen, sozusagen. Dass wir halt sehen, aha, das ist jemand und dort und so weiter. Also auch das ist auf dem Weg, auch da lernen wir hinzu. Und vielleicht ein letztes Wort. Ich würde wünschen, dass wir da einfach auch gelassener über dieses Thema diskutieren. Auch nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wenn jemand Wissenschaftlentransfer macht, dann macht er automatisch schlechte Grundlagenforschung. Oder, also dass wir uns da auch nicht im Kopf schon so einengen. Und das, ich meine, die theoretischen und sozialwissenschaftlichen Diskussionen sind alle wichtig. Aber letzten Endes, ich glaube, jeder Wissenschaftler und vor allem, das kommt ja auch immer zu kurz, die Studierenden an den Hochschulen, die sind natürlich, also das ist die Zivilgesellschaft. Und diese Trennung zwischen Hochschule, Universität, Fachhochschule, wie auch immer, und Zivilgesellschaft ist natürlich irgendwo eine künstliche. Und wenn 50% eines Jahrgangs ein Studium aufnehmen, dann sind all diese Probleme gut durch Zivilgesellschaft, all die Herausforderungen haben sie automatisch in der Hochschule drin. Und wenn die Hochschulen das auch begreifen, und sich auch ein Selbstverständnis und eine Haltung entwickeln, ist das, denke ich, ziemlich wichtig. Der Punkt, innovative Hochschule kann ja noch einen ganz kleinen Impuls geben. So, aber es ist halt schon mal gut, und ich glaube, alle, die hier auf dem Publikum sitzen, und Sie im Publikum sind ja auch bereit, sich dieser Diskussion zu stellen, und damit ist schon viel gewonnen, auch wenn man sich mit allem übereinstimmt. Dankeschön. Frau Gie. Gut, ich möchte aus dem Publikum nochmal insbesondere Ihren Beitrag mit aufnehmen, der sich auch an die Frage der Studierenden und der Lehre nochmal stärker richtet. Und ich glaube, auch wenn jetzt im Fokus gerade der Ausschreibung die Forschung im Mittelpunkt steht, das verändert maßgeblich das Verständnis von Studierenden, auch die Partizipation von Studierenden an Forschung, egal jetzt, ob sie Formate forschendes Lernen haben, und es verändert die Studenten in ihrem Blick auf Gesellschaft und in ihrem Verantwortungsbewusstsein. Also meine Erfahrung ist, dass insbesondere durch die Formate, wo Service-Learning, gesellschaftliches Engagement mit Forschung verbunden wird, dass da eine erhebliche Bewusstheits- und Engagementstrategie entwickelt wird, und ich umsonst jetzt, jetzt sind ungefähr zehn Studierende auch hier, die Universität mitgetragen, und wo manche Forschungsprojekte aus der, also ausfragende Studierenden entstehen. Und deswegen sehe ich dann nochmal eine Wirkung auch in die Hochschule hinein. Also wenn ich vor zehn Jahren, oder sagen wir mal vor sieben Jahren, 2009 ist das Hochschulnetzwerk gegründet worden in Würzburg, wenn ich da gefragt worden wäre, dass wir über eine Förderinitiative des Bundes diskutieren, in der Größenordnung zu dem Thema, dann hätte ich gesagt, niemals. Von daher glaube ich, sind wir relativ weit gekommen, aber wir sind, um es bergsteigerisch auszudrücken, am Basislager angekommen. Das ist so ungefähr auf 3.500 Meter. Und jetzt muss man sich akklimatisieren, sonst stirbt man in der nächsten Höhe. Das heißt, ich muss jetzt Pause machen. Ich muss vielleicht auch mal durchatmen und drüber nachdenken, muss ich mich jetzt an so einem großen Programm unbedingt anpassen, und muss ich da kurzatmig werden, oder darf ich mal auch durchatmen? Natürlich sollen alle zum Zuge kommen, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt sind wir auf einer Hochebene. Jetzt kommen die Mühen der Ebenen. Und die Mühe der Ebenen sehe ich durchaus noch, nämlich, dass die Strukturen der Hochschulen, auch der Fachhochschulen, noch lange nicht so weit sind, dass man wirklich einen Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Wissenschaft erleben kann. Ich nenne nur ein paar kleine Sachen. Also allein in der Lehre ist es nach wie vor so, dass es so etwas wie einen Curricularnormwert gibt und eine Kapazitätsberechnung, die dazu führt, dass man nur sehr schwer gemeinsam eine Lehrveranstaltung mit mehreren Leuten machen kann. Das kann man schon machen, aber auch die ganzen Projekte im Service-Learning-Bereich und so weiter, wir wissen alle, wie viel Aufwand das nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrende ist, ist den engagierten Kollegen und Kolleginnen geschuldet. Und das ist noch nicht, da gibt es noch keine Belohnungssysteme, die das wirklich aufgreifen. Die zu entwickeln ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sonst erfahren wir etwas, sonst wiederholt sich die Geschichte, wir erfahren etwas, was mit diesem Glass-Sealing-Effekt beschrieben wurde, nämlich, dass man sagt, ihr macht was ganz Tolles, aber wenn man eigentlich wirklich hinkommen will, damit man es umsetzt, dann stößt man an diese Glasdecke, wie das im Führungsbereich auch so ist. Zwei Begriffe will ich noch ganz kurz in den Raum werfen. Eine ist das Thema Transdisziplinarität. Ich glaube, wir müssen sowohl in den Fachhochschulen, da ist es schon teilweise angelegt, aber auch in den Universitäten, Formen finden, wie wir Disziplinen verbinden, in der Lehre und in der Forschung, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und das andere ist ein Begriff, der in der Innovationsforschung eine ganz wichtige Bedeutung hat, der aber ganz schwer zu übersetzen ist, hat aber was mit Nichtwissen zu tun, der nennt sich Serendipity. Serendipity ist quasi etwas finden, von dem man nicht gedacht hat, dass man es findet, was aber ganz wertvoll ist. Und wenn wir diese Haltung hinkriegen, weißt du, das ist jetzt sehr abstrakt, dann ist es ganz gut und ich freue mich auf das Institut für Angewandtes Nichtwissen an der Hochschule Neuropa. Ich begrüße diese Ausschreibung, ich bedauere, dass Lehre da so gut wie keine Rolle spielen soll, denn gerade Service Learning ist ein wunderbares Instrument, um Wissen von der Hochschule in die Community hineinzutragen. Ich wünsche allen, die dort einen Antrag stellen werden, viel Erfolg. Und ich wünsche mir, dass es so etwas gibt wie eine Bonhoeffer-Gesellschaft, die, so ähnlich wie Fraunhoeffer-Gesellschaft, Institute für die Humanität, der Erforschung, der Verbesserung des menschlichen Seins dienen. Das wünsche ich mir. Das wäre sozusagen der Endpunkt dieser Ausschreibung. Ja, wir sind gerade im Bundesnetzwerk dabei, Punkte zu definieren, die wir in der nächsten Bundestagswahl sozusagen als die ganz wichtigen Treiber der Zivilgesellschaft sehen. Und wenn man diese Punkte sieht, Sie werden dann, Frau Kind, sicher einiges wiedererkennen, was Sie an Ihrer Universität machen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn man da wirkliche Plattformen zwischen Zivilgesellschaft und Universitäten herstellt. Das sind drei Punkte. Das eine ist, wir wissen nicht genau, wie dieser ganze Integrationsprozess jetzt funktionieren wird. Wir kommen aus der Flüchtlingsarbeit und da hat viel zivilgesellschaftliches Engagement ihren Wert gefunden. Jetzt in die Integrationsarbeit. Was ist wichtig an der Stelle zivilgesellschaftlich zu organisieren? Wie funktionieren diese Prozesse? Ich habe dann auch mal überlegt, kann man das nicht sozusagen wirklich mit Bürgerwissenschaft mal zusammendenken? Gibt es so vielleicht Beobachtungsposten, warum müssen die immer bloß Vögel beobachten? Können wir auch mal Integrationsprozesse im Fußballverein beobachten, wäre ja auch einmal spannende Geschichte. Der zweite Punkt ist die Zukunft der Demokratie. Natürlich geht es um die dunkle Seite der Zivilgesellschaft. Natürlich geht es auch um diese wackeligen Situationen. Was bedeutet Zivilgesellschaft an der Stelle an Transparenz, an Offenheit? Da sind Begriffe wie zum Beispiel Gemeinschaft. Wann wird die Gemeinschaft zur Parallelgesellschaft? Ich meine jetzt nicht nur im Integrationssinn, sondern es gibt ja auch deutsche Parallelgesellschaften an der Stelle. Also dieser Punkt, der wäre für uns sehr wichtig. Und der dritte Punkt sind die Social Development Goals. Also das Thema nachhaltige Lebensstile. Diese ganze Frage, wenn es tatsächlich staatlich nicht funktioniert, CO2 zu reduzieren, sondern wenn die Menschen weiter SUVs fahren und weiter dreimal mit dem Flugzeug in Urlaub fahren, dann wird sich an der Stelle nichts verändern. Was kann Zivilgesellschaft an der Stelle zu nachhaltigem Lebensstil beitragen? Ich habe vieles entdeckt bei Ihren Punkten. Wenn es in Ihrer Gruppe der Hochschulen irgendwelche Menschen gibt, die auch sagen, ja das wäre ein interessanter Punkt, dann würde ich mir gerne freuen, auch mit Ihnen zusammen einen Forschungsantrag zu stellen. Vielen Dank. Ich betrachte das schon mal als vorweggenommene Schlussabend aus. Lassen Sie sich das sagen, dass ich die sehr, sehr inspirieren kann. Ich fand es eine tolle Diskussion. Wir haben viele Fragen offen gelassen, die noch nicht beantwortet sind. Zum Beispiel die Frage von Herrn Hofmann, was ist eigentlich relevante Forschung? Wie wisst man das eigentlich? Sie haben das auch gesagt, für die Impact-Frage, wie man das eigentlich beschreibt und bemisst. Da haben wir halt nicht viel. Wir beschäftigen uns damit auch in unserem Netzwerk. Also wer sich da näher auch noch mal dafür interessiert, wie man Impact-Stories oder Kennziffern oder was auch ich, was auch immer man da entwickeln kann, wie man das überhaupt entwickeln kann, der sollte sich da mal andocken an diese Diskussion. Wir werden ja auch da ein Tool entwickeln. Nicht jedem ist es ja vergönnt, mit seiner Forschung in einer päpstlichen Enzyklika zu landen. Auch das ist relevant. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.